Bei beiden ist einiges fragwärtig. Ich werde diese Texte vorlesen, aber dann natürlich mit verstellter Stimme, dass ich versuche, so zu sprechen wie heute Hitler. Okay, tut mir leid, dass ich immer bei 25 Minuten bleitschneide es dann nochmal und das oder das, was ich erzähle, dann erst machen. Also angenommen, ich mache das ab hier, 25, Moment, 25, genau jetzt ab hier, 25, 25 im Video. Ich lese die gefährlichen Stellen aus den Koranen vor. Später kann ich es ihr mit meinem eigenen Koran nochmal zeigen, als du weißt, dass ich mir das nicht ausgedacht habe oder das hier falsch wäre. Auch wenn es, wie gesagt, Muslims gibt, die behaupten, beides wäre verfälscht. Also sowohl das, was ich hier im Monitor jetzt vorlese, als auch das hier, was in der deutschen Übersetzung steht. Obwohl das die Koranenübersetzung ist, die offiziell von Saudi-Arabien genehmigt worden ist von der Universität de Mekka oder Medina. Aber ich werde es halt mit verstellter Stimme machen, wie heute Hitler. Ich habe schon in der Weile nicht mehr mit Hitler gesprochen. Ich hoffe, ich kriege es hin. So, als ich könnte es gleich jetzt los. Ich mache jetzt mal die Kamera jetzt auf einen Monitor. Moment. Hier ist übrigens euer scheiß Koranen hier. Also, das werde ich dann als Bild nehmen, als Thumbnail. Hier. Also, hier steht es ja, wenn man es lesen kann. Moment, ich muss gucken, wie die Kamera heute das genau drauf hat. Ja, Kampfbefehle im Islam, also im Koran. So, Sekunde, klar geht es los. Ich muss kurz wieder, ich habe ja eine Weile nicht mehr wie Hitler jetzt gesprochen, man spricht ja normalerweise nicht jeden Tag wie Hitler. Ich muss kurz ein bisschen, ich muss auch mal erst reinkommen. Ich lese erst mal hier diesen Text vor und dann erst lese ich die eigentlichen Koranen vor. Moment, vorher trinke ich nochmal ein Schluck. Achtung, Moment. Nach Frieden, Islam, Terroranschlag, betonen Politiker und Journalisten immer wieder. Der Islam sah eine friedliche Religion und die im Namen des Islam verübte Gewalt weltweit, habe nichts mit dem Islam zu tun. Liest man jedoch den Koran und betrachtet die islamische Geschichte, stellt man fest, dass radikale Muslime im Grunde nur ausführen, was der Koran vorschreibt. Denn es finden sich zahlreiche Kampfbefehle im Islam. Anbei, eine zusammengefasste Version der Kampfbefehle im Koran. Ja, es ging doch, also, man lernt, man lernt diese Sprache, nee, so zu sprechen, macht ja auch irgendwie Spaß. So, Moment, gleich geht's los. Also, ich lese das aus Koranen vor, die gefährlichen Stellen, einige davon. Also, es ist hier nur eine Zusammenfassung, aber wie gesagt, ich wollte es ja nicht übertreiben. Da wäre das Video ja mehrere Stunden gegangen, wenn ich jetzt kompletten Koranen zuvor gelesen hätte. Aus dem ist es auch etwas schwer für mich, die ganze Zeit mit Hitler zu sprechen. Man spricht ja nicht permanent so. Deswegen habe ich erst mal das hier geholt und dann kann ich es ja gerne mal mit Koranen abgleichen, also mit dem Original, den ich jetzt gerade vorher schon gezeigt habe. Und tötet sie, wo immer ihr auch sie treibt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solche Art ist der Lohn der Unglaubigen. Moment. Nächste Stelle. Soro 2, Vers 193. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und ihre Religion allein Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen die Ungleichen. Nächste. Soro 4, Vers 74. So sollen dann diejenigen auf Allahs weg kämpfen, die das diesaltige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem wird Allah gewaltigen Lohn geben. Soro 4, Vers 76. Diejenigen, die graben, kämpfen auf Allahs weg und diejenigen, die unglaublich sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute der Satans. Gewiss, die Liste der Satans ist schwach. Nächste. Naja, das steht ganz schön an. Also, wenn ich verstehe die ganze Zeit die Stimmung, gleichzeitig liest man noch dabei. Also, ich werde es dann nochmal verlesen. Aber jetzt mache ich mir erstmal den Spaß bis zur Ende. Soro 4, Vers 84. So kämpft auf Allahs weg. Du wirst nur für dich selbstverantwortlich gemacht und spornet die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestraffung. Moment, nächste. Soro 4, Vers 89. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher und ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Und nehmt euch von ihnen weder Schutzherren noch Helfer. Nächste. Soro 4, Vers 95. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Außer diejenigen, die eine Schädigung haben. Den sich auf Allahs weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmüten. Allah hat, denen sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmüten, einen Vorzug gegeben, von denen, die sitzen bleiben. Moment. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah, die sich abmüten, vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Na ja, ich muss zwischendurch auch mal in meiner Zigarette ziehen. Also das ist immer blöde. Wenn ich gleichzeitig versuche, zu raufen, werde ich hier noch vorlesen und habe noch meine Stimme wie Hitler verstellt. Soro 5, Vers 33. Das ist übrigens dieser Vers hier. Wo immer Moslems gerne erzählen. Wie sagt man? Hier hat Mohammed, ich dachte erst, aus der Tora geklaut. Und Wahrheit hat das aus dem Tormut geklaut hier. Wer einen Menschen tötet, der tötet die ganze Welt. Also nach dem Motto Islam ist Frieden. Das ist nämlich der Rest, der immer gerne weggelassen wird hier. Also Wahrheit kommt davor. Soro 5, Vers 32. Und wir haben es den Kindern Israels verfolgen, dass wir einen Menschen tötet. So ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet hat. Und das ist nämlich der, was die Moslems dann gerne verschweigen hier. Das lese ich nochmal nochmal vor. Also davor kam Soro 5, Vers 32 hier. Und wir haben es den Kindern Israels verfolgen. Also Mohammed hat es aus dem Tormut geklaut. Dass wir einen Menschen tötet. So ist es auch, ob er die ganze Menschheit getötet hat. Und jetzt, was die Moslems dann gerne weglassen. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten. Und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften. Ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekleuzigt werden. Oder, dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden. Oder, dass sie aus dem Land verbrannt werden. Das ist für sie eine Schande in diesseits. Und im jenseits gibt es für sie gewaltige Schlaufe. Ist schon mal welcome absurd. Dass sie allesamt getötet oder gekleuzigt werden. Oder, dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden. Und dann sollen sie nachher aus dem Land verbrannt werden. Also ausgeschmissen werden. Also jemanden, den ich töte oder kreuzige. Oder ihm an Händen und Füßen verstümmle. Also ihm Hände und Füße abhacke. Den muss ich nicht mehr irgendwo aus dem Land haben. Da sieht man schon, dass Mohamed absolut irgendwo einer der Waffe gehabt hat. Also entweder, obwohl er selber ein Mörder war, hat er gar kein Plan gehabt. Weil der Mensch stirbt am Kreuz. Oder Verblutung hier, wenn ihm Hände und Füße abgehakt werden. Oder er hat, wie sagt man, die ganzen Sachen als mögliche Strafen gepredigt. Also angeblich hätte es Allah ihm eingegeben. Man darf sie entweder töten oder kreuzigen. Also im Grunde kommt sie aufs selbe hinaus. Oder er darf ihn Hände und Füße abhacken. Also dann sterben sie ohnehin, verbluten. Wenn sie nicht sofort verhindert werden. Aber in der Regel überlebt das niemand. Ist klar, man verblutet ja relativ schnell. Oder man darf sie ab dem Land ja, also sprich vertreiben. Also nicht verarschen lassen. Hier von wegen, Suche 5, Vers 32. Der Islam ist friedlich. Mohamed hat es aus dem Tor mitgeklaut hier. Und wir haben es den Kindern Israels befohlen. Wer einen Menschen tötet, dann ist es, als ob die ganze Menschheit getötet wird. Danach folgt Suche 5, Vers 33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah. Also alle, was von Moslems als Feinde betrachtet werden. Also sprich alle Andersgläubigen. Oder seinen Gesandten. Also gegen Mohamed selber. Da merkt man doch schon, dass das nicht von Allah kommen kann hier. Hier also angeblich sind es Allahs Worte in Wahrheit hier. Gegen Allah oder seinen Gesandten. Oder uns seinen Gesandten. Also Mohamed hat sich den Rot selber ausgedacht. Da merkt man doch schon, dass der da bescheuert war. Und dass Muslims bescheuert sein müssen, wenn sie die Scheiße noch für alles aufhalten. Es ist offensichtlich, warum sie alle irgendwo aus der Tora, beziehungsweise aus dem Talmud abschreiben, also klauen. Seit Moses, ich sag mal, aus der See Moses. Also der Mohamed sich selber ausgedacht. Ist es angekommen? Surah 5, Vers 32. Und wir haben es den Kindern Israels verholen. Also sprich Juden. Dass wir einen Menschen tötet, so ist es aber die ganze Menschheit getötet wird. Das Märchen hier von wegen Islam heißt Frieden. Also hier im Islam der Töten verboten. Auf Surah 5, Vers 32 folgt Surah 5, Vers 33. Der lohnt derjenigen, die Krieg führen gegen Allah. Also sprich alle Ungläubigen. Also alle, die von Moslems als Ungläubige betrachtet werden. Oder seien Gesandten. Oder alle und seien Gesandten. Und sich bemühen auf der Erde Unheil zu stiften. Also sprich, die immer noch gegen Islam aufbegehren würden. Also wenn man so im Land hält. Also damals Saudi-Arabien. Allesamt dürfen getötet oder gekreuzigt werden. Oder Hände und Füße abgehakt werden. Oder aus dem Land verbrannt werden. Tarkiha. So wird gelogen. Hier von wegen. Leute, die angeblich gegen Islam hexen. Also in Wahrheit dagegen darüber informieren. Leute würden alles aus dem Kontext reißen oder die Hälfte weglassen. Hier ist es genau umgedreht. Hier tun Moslems das gleiche machen. Also lügen, dass sie bald einen Gegentag hier. Weil sie halt wissen, dass dieser Text sehr entlarvt hier. Also Surah 5, Vers 33. Die lesen nur Surah 5, Vers 32 vor. Wo es erstmal friedlich sich anhört. Oder friedlich klingt. Oder sich friedlich liest. Das lassen sie weg hier, was unmittelbar danach kommt. So eine Sekunde. Man sieht es ja hier. Also Absatz. Da muss ich die Koks kollen. Also sprich, was heute Terroristen tun hier. Werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Vielleicht wird sie oberhalb des Nackens. Also sprich, packt ihnen den Kopf ab. Oberhalb des Nackens. Meint. Köpfen. Also schlagt sie in den Nacken. Und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. Dies, weil sie Allah trotz Boden, also sich Allah widersetzt haben. Und seinen Gesandten, also Shemitah, Mohamed. Das hat nicht irgendwo Allah, Mohamed eingegeben. Die Scheiße hat sich Mohamed selber ausgedacht. Man nennt es nochmal eine weitere Androhung hier. Also Mord und Totschlag. Wer aber Allah und seinem Gesandten trotz bietet, also sich immer noch widersetzt. Wahrlich, Allah ist streng im Staben. Merkt ihr das? So werdet ihr verarscht. Hier. Also einerseits, wie gesagt, was Terroristen heute tun. Also Allah ist mit euch, ist klar. Darauf berufen sich ja irgendwelche geisteskranken Moslems hier. So fecht sich denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. Also werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Also sprich, begeht Terroristen, Taten, Anschläge. Und jetzt halt ganz deutlich. Also hier ist es halt, wie gesagt mal, verharmlos geschrieben. Im Weitem arabischen Stand. Unmissverständlich drinne Köpfen. Also man muss ja die Zeit berücksichtigen. Da waren ja die Leute noch ungebildeter. Hier haben sie es halt, wie gesagt mal, verharmlos. Also hier in der Übersetzung. Trefft sie oberhalb des Nervens, kommt aber das gleiche raus. Also damit ist Köpfen gemeint. Also wie bei der Guillotine. Dass man mit einem scharfen Gegenstand, also sprich, einem Messer, einem Schwert, im Nacken, also im Genick, oberhalb, also sprich, den Kopf entfernt, also abschlägt. Und hier steht es ja auch nochmal, also unschlagt ihnen die Fingerspitzen ab. Da steht es wieder deutlicher. Weil sie Allah trotz geboten haben, also sich dem Islam mit ersetzt haben und seinen Gesandten. Also nicht, weil sie nicht gleich, wie sagt man, sich Allah unterworfen haben, also dem Islam, sondern weil sie sich Mohammed nicht unterworfen haben. Da sieht man doch schon, wie Geisteskrank das Schwein gewesen sein muss. Eine absolut perverse, kaputte Drecksau, Mohammed. Das sind alles nur Hassreden, Hasszitate von ihm. Der hat das Allah in die Finger gelegt, genauso wie Moslems behaupten die Bibelworte verfälscht. Ja, weil irgendwelche Rachsieden, irgendwelche gewalttätigen Aufrufe zum Worten Totschlag, die wurden auch von Juden gepredigt und die haben behauptet, das hat ihnen Jehova so eingegeben. Also Mohammed selber hat die Bibel verfälscht und gleichzeitig behaupten Moslems, dass Juden oder Christen die Bibel verfälscht haben. Sieht man doch schon, wie bekloppt das sein muss. Gut. Ja, und jetzt ist ja klar, also hier, also Terroristen, werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Nächste Sure. So, oder 8, Vers 39. Und kämpft gegen sie, bis es keine Bevölkerung mehr gibt, und bis die Religion gänzlich Allah ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. Also sprich, niemand würde sich mehr im Islam widersetzen, oder generell im Moslems widersetzen. Keine Verfolgung, also stellen sie sich schon wieder als Opfer hin, als, äh, hier, äh, die Gegente vom unschuldigen Moslem. Und bis die Religion komplett Allah ist, also bis alle Moslems geworden sind. Erst dann, heute aufzukämpfen. Äh, nächster. So, oder 8, Vers 65. O Prophet, spornet die Klaviken zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen besiegen. Oder von 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen. Weil sie Leute sind, die nichts verstehen. Also sprich, äh, weil sie angeblich nicht, äh, ein Korin holten. Hier halt, äh, was immer wieder angesprochen wird, also, äh, dass Moslems das schlechte Gewissen beim Töten abgenommen wird. Hier, äh, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Hier ungefähr das gleiche. Surah 9, Vers 14. Kämpft gegen sie, Allah wird sie durch eure Hände traben. Sie in Schande starten. Euch zum Siege, was sie verhelfen. Und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Also, man soll, äh, töten und rauben und morden und freundschätzen und vergewaltigen. Aber angeblich, äh, hat es ja Allah getan. Also, äh, nicht Muslim selber. War Mohammed halt so clever. Also hat es zumindest, äh, wie sagt man, auf Allah dann abgewälzt. Also, äh, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Und offensichtlich wäre es geworden, wenn Mohammed, wie er sich teilweise aufhört, heißt mit Dott, war er halt, heutzbeklopper, mehr oder weniger, das er in Koran, äh, reingeschrieben hätte, oder selber hat reinschreiben lassen, dass sie, äh, nicht selber getötet haben, sondern dass sie in Wahrheit der Propheten getötet hat. Also er hat halt das, man sagt mal, äh, an Allah weitergegeben, sonst wäre es jetzt offensichtlich gewesen. Moment. Ihr könnt euch ja denken, falls es gut zu hören war, was ich gemacht habe. Geht gleich los. Surah 9, Vers 20 Diejenigen, welche gläubig worten und auswanderten und unter Allahs Weg eiferten mit Glut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Und sie, sie sind die glückseligen. Na ja gut, das ist ein relativ harmloser Text. Also, harmloser Vers. Suche. Da muss ich gucken. Ja, hier geht's weiter. Surah 9, Vers 29 Kämpfet wieder jene von denen, welche die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den nächsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesonder verwehrt haben. Und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand demütig entrichten. Also sprich, die man leben lassen darf. Hier, wenn sie nicht automatisch Moslems wären, also kombatieren, die unterdrückt werden, die dann diese Schutzschäufe bezahlen müssen. Hier, Schieds hier. Ja, und jetzt halt die Androhung, also für angebliche friedliche Moslems, also die so eine Scheiße nicht machen wollen. Hier, also warum die auch von anderen Moslems dann in Gefahr geraten würden, selber getötet zu werden. Also weil sie als, wie sagt man, abgefallene Moslems getrachtet werden, wie ich gerade erklärt habe, warum auch damals irgendwelche Wichser in der Dönerbude die Erdogan-Porträts aufgehängt haben, die hatten nicht Angst, wenn sie nicht selber voll auf der Linie waren, also sprich, durch Erdogan wieder fanatisch geworden sind. Die hatten nicht Angst vor Erdogan, die hatten Angst vor ihren türkischen, muslimischen Landsleuten, die auch in solche Dönerbude reingehen, wenn sie da nicht ein Erdogan-Plakat, also ein Porträts aufgehängt haben, dass sie von denen als, wie sagt man, nicht hundertprozentig Moslems betrachtet werden, also dass sie mit denen möglicherweise einen Ärger bekommen hier. Wenn ihr nichts am Kampf, Moment, Sule 9, Vers 39, Also wenn ihr nichts am Kampf ausseht, wird Allah euch mit schwerer Stapel belegen und ein anderes Volk an eurer Stelle setzen. Also sprich, selbst wenn Moslems das nicht machen würden, dann würde ja Allah angeblich hier sich irgendjemanden nehmen, der es für ihn tut. Da merkt man doch schon, dass das nie im Leben von irgendeinem Gott kommen kann. Es hat sich irgend so ein geisteskrankes, perverses Dreckschwein wie Mohammed ausgedacht. Naja, und hier nochmal dasselbe, also Mohammed hat sich da wieder geholtigt hier. Sule 9, Vers 73, Du, O Prophet, kämpel gegen die Unklarbecken und die Heuschler und sagst Schlein gegen sie, ihre Wohnung soll die Hölle sein. Also, das entgebe ich Allah, den Auftrag gegeben hat. Der hat sich in Rezabas gedacht, also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Moment. Jetzt halt der schlimmste Vers, das ist ja bekannt hier, Sule 9, Vers 111, 9.11. hier. Also, warum damals am 9.11. das gemacht worden ist. Sule 9, Vers 111. Allah hat den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen das Paradies gehört, oder, dass ihnen der Paradies Gott gehört. Sie kämpfen auf Allah weg, und so töten sie und werden getötet. das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit und in der Tora, also hier wird sogar offiziell angegeben, das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit und in der Tora, also der jüdischen Schriftrolle, im Evangelium, oder dem Evangelium und dem Koran. Also, er bezeugt, mit Hinweis auf die Tora, aufs Evangelium und auf den Koran, dass es, wie sagt man, Allah ihnen versprochen hat und er sich auch dran hält. Also, wenn sie in seinem Auftrag töten und werden getötet, dass Allah sein Versprechen nicht bricht und belohnt sie dafür. also dafür, dass sie in seinem Namen getötet haben und selber dabei ins Leben gekommen sind. Das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit und in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? Das hat man ja gesehen, Allah ist der größte Listenschmied und gleichzeitig behaupten sie hier, Allah hält sich ja an jedes Versprechen, was er gegeben hat, am Arsch. Allah lügt wie gedruckt, also weil im Grunde Mohammed wie gedruckt gelogen hat. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Naja, was daraus passiert ist zu 9 Vers 111, also 11.9. Wissen wir ja, also 11.9. 11. September 2001. Die beiden letzten. Sohle 9 Vers 123 O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind und von den Ungläubigen. Sie sollen euch, sie sollen in euch Härte vorfinden und wisst, wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und jetzt soll das nächste, das letzte. Sohle 47 Vers 4 Wenn ihr auch diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlag den Hals, also damit ist Köpfen gemeint, schlag den Hals, ist ja offensichtlich. Also damals, wo noch keine Schusswaffen existiert haben. Schwert, Messer. Also, ich sag mal, eine Hieb und Stichwaffe, also eine scharfe Klinge, schlag auf den Hals, also hack den Kopf runter. Wenn ihr auch diejenigen, so eine, äh, 47 Vers 4 Wenn ihr auch diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlag. Ja, tut mir leid, Moment. Ich hab's mir vorhin schon gedacht. Es ist wirklich passiert. Das war sonnenklar. Das haben wir jetzt schon öfters gehabt in Aufnahmen von mir. Hier, es wird angerufen. Also einerseits unterbricht's dann die Aufnahme, also deswegen mach ich sowas lieber in der Regel nachts. Wir nehmen nachts auf, also von daheim oder wenn ich rausgehe, ist ja klar. Weil ich da ungestörter bin, also weniger Menschen rumbringt. Das scheiß Telefon klingelt, aber ich spricht keiner drauf. Da brauchen sie auch nicht anzurufen, wenn sie die auf die Reihe kriegen, durchzusprechen. Ja, tut mir leid, also Aske, der Tierbarter, letzte Suche beim letzten Abschnitt. Also ich lese nochmal komplett vor. Und dann lese ich nochmal, wie ich's eben gemacht hab, nochmal nochmal vor und erkläre nochmal. Ich mein, ich hab mir nur mal eine Sekrette rausgemacht. Sohle 47, Vers 4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt den Hals, also kippt. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an, also legt sie in Ketten, fesseln sie. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld. Also nicht aus reiner Menschenliebe. Entweder weil man hier als Wohltat, weil man sie zu Moslems konvertieren will, also sie dazu bringen will. Ja, ich hab dir das Leben geschenkt, du musst mir jetzt dankbar sein, also wer ist Moslem oder halt gegen Lösegeld, ist klar. Bis der Klick seine Lasten ablegt, also sprich, bis der Hauptzug, der Feldzug bezahlt ist. Also deswegen halt Lösegeld. Also im Grund der Erpressung, dies soll doch sein. Und wenn Allah wollte, jetzt wird es von der Absolut grüßen, wollen sie nicht, dann merkt man, dass Mohammed die Scheiße selber sich ausgedacht haben muss, werde er sie wahrlich allein besiegen. Da oben steht noch, wenn Moslems es nicht machen, dann wird Allah sich ein anderes Volk suchen. Jetzt steht wieder da, Allah bräuchte ja gar keine Moslems, die für ihn töten. Allah wird es ja auch allein auf die Reihe kriegen. Das hat man ja gesehen. Allah hat null auf die Reihe gekriegt, außer halt 1400 Jahre lang irgendwelchen Vollidioten das Gehirn zu waschen, beziehungsweise Mohammed. Er will aber, damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Also jetzt wird es wieder so hingedreht. Allah könnte es ja allein besiegen, aber es ist ja ein Test. Also wenn ihr nicht für mich tötet, dann seid ihr keine Moslems. Und diejenigen, und jetzt kommt es wieder, also Mohammed hier selbst bei Weihräucherung, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Herrgut, Mohammed ist nicht im Kampf getötet worden, der ist friedlich gestorben, das Dreckschwein. Also er will damit ausdrücken, wer wirklich bereit war, für Allah zu töten und getötet zu werden, das ist im Grunde eine Wiederholung da oben vom Surah 9, Vers 111, also 9.11, 9.11. Allah erkennt dich nur an, wenn du bereit warst, für ihn selber Blut zu vergießen oder selber zu sterben. Sieht man mal, was das für ein kaputter Gott sein muss. Wird denn jetzt wieder Moslems kommen, ja, aber der Gott im Alten Testament hier in der Bibel oder vorher halt in irgendwelchen jüdischen Schriftstollen, der war ja auch grausam, ja, aber das ist ja das, was ihr Moslems nicht in eure hohle Birne reinkriegt. Es gab dann durch Jesus ein neues Testament und Jesus hat nie irgendwelche Gewalt gepredigt, im Gegenteil, Jesus hat Feindesliebe gepredigt. Jesus hat gesagt, gebt Gott, was Gott gehört und gebt dem Kaiser, also, mischt euch nicht den menschlichen Belange ein, gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört. Bei Mohammed war sie genau umgedreht, also Mohammed war ja nicht nur Religionsstifter, da war ja auch Feldherr und Staatsfreund. Naja, das ärgert mich jetzt mit dem Klingel mit dem Telefon. Ich gehe mal kurz zur Toilette, also deswegen habe ich jetzt einen Koran hier drauf gemacht, das ist erstmal kurz ein Koranfilm. Ich komme da wieder. und erật mich ein Koranfilm. Ich gehe mal kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also eine absolut verbrecherische, gewalttätige, kampfgeile Religion, die sich überall nur mit Kampf und Brutalität ausbreiten will. Also null mit Bekehrung, Missionierung. Ich sehe schon hier, also wenn ich schon den Anfang lese, das nächste Ding ist genauso geisteskrank. Suche 4, Vers 76. Suche 4, Vers 76. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg. Also angeblich nur die Gläubigen kämpfen auf Allahs Weg. Und diejenigen, die ungläubig sind, also sprich alle anderen, die keine Moslems sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. Also Christen, Hindus, wie soll er heißen, also alles was nicht irgendein Moslem ist. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Saitans, gewiss, die Liste des Saitans ist schwach. Also im Grunde labert hier Mohammed und behauptet, dass wir auf eine Lage kommen. Labert hier Mohammed dieselbe Scheiße, was auch schon andere Religionen versucht haben, die nicht weitere Religionen anerkennen. Also nur wissen, die einzig waren, bekämpft jeden, der gegen uns ist. Die würden ja nur falsche Götter anbeten. Also hier, ja, wie es halt dargestellt wird, also Ungläubige sein, Götzendiener. Ist ja nicht ganz unwahr, habe ich ja auch erklärt. Also ursprünglich hier, wissen wir ja, die 10 Gebote macht ja kein Abbild von mir und so weiter. Also es gab eigentlich auch so eine Art wie ein Bilderverbot im ursprünglichen Christentum, also in den Anfängen. Im Judentum bereits, durch die 10 Gebote, durch das Alte Testament. Und dann kam halt die römisch-katholische Kirche, also mit irgendwelchen Reliquien oder mit einem Kreuz und so weiter. Also hier, Kreuz, wo Jesus dran hängt. Eigentlich war das auch nicht erlaubt, warum auch im Islam normalerweise Mohammed nicht gezeigt werden darf, also Bilder von ihm. Also da stimmt es schon in gewisser Weise. Es ist Götzendienst, also falsche Götter anbeten. Eigentlich war auch so eine Art wie ein Bild- oder Götzendienstverbot im Christentum, also im Judentum bereits. Man darf sich kein Bild von Gott machen oder in dem Fall auch von Jesus nicht machen. Hier, Heilige Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das, was die römisch-katholische Kirche da betreibt, mit irgendwelchen Kreuzen und so weiter. Das braucht kein Mensch, also ohnehin braucht es kein Mensch. Und um irgendwo mit Gott oder mit Jesus in dem Fall, also ein Teil von der Heiligen Dreieinigkeit, in Verbindung zu stehen, um zu ihm zu beten, muss ich nicht in irgendeine Kirche rennen. Also das ist alles nur Götzendienst. Ist aber im Islam dasselbe. Man braucht auch keine Moschee, um irgendwo an Allah angeblich zu glauben oder zu Allah zu beten. Also sobald irgendwo menschliche Institutionen zwischen den Gläubigen und einem Gott kommen, dann beginnt es schon irgendwo scheiße zu werden. Das wissen wir. Das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Also egal ob Moslem, egal ob Christen, egal ob andere Religionen. Normalerweise hat es nur die Gläubigen zu geben und einen Gott und nichts irgendwo dazwischen. Sura 4, Vers 84. Sura 4, Vers 84. So kämpfe auf Allahs Weg. Du wirst nur für dich selbstverantwortlich gemacht und spornet die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Ja, also da geht er eigentlich noch. Finde ich nicht wirklich, dass der Text so brutal wäre. Keine Ahnung, warum der ja auch in Kampf- und Kriegsbefehlen mit aufgelistet ist. Ja, und jetzt ist ja klar, also lasst euch nicht, wie sagt man, beeinflussen. Also warum Moslems sich nicht mit Juden und so weiter einlassen sollen. Hier, nehmt euch keine Juden und Christen zu Freunden oder zu Schutz her. Und kamen wir hier irgendwann später noch. Sura 4, Vers 89. Also Sura 4, Vers 89. Sie möchten gerne, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind. Sodass ihr alle gleich seid. Also es gibt angeblich keine verschiedenen Religionen mehr. Aber hier steht es ja auch. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf allers Weg auswandern. Also bevor sie nicht selber Muslim geworden sind. Kehren sie sich jedoch ab. Also, wie sagt man, haben sie sich erst im Islam genähert und haben sich dann doch wieder anders überlegt. Also kehren sie ab. Also sprich, werden wieder Ungläubige. Dann ergreift und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Und nehmt euch von ihnen weder Schutzherr noch Helfer. Also sprich, nehmt euch keine Juden und Christen zu Freunden. Aber das ist ja eigentlich in jeder Religion so. Oder fast in jeder Religion so. Dass mehr oder weniger alle Religionen behaupten, wir sind die einzig waren. Aber wie gesagt, nicht jede Religion ist wie der Islam. Dass er sagt, alle anderen müssen getötet werden. Die meisten Religionen haben in der Regel weniger ein Problem, wenn es noch weitere Religionen neben ihnen gibt. War es Christen, wir waren mal anders, wissen wir. Es wurde damit gewollt teilweise, wie sagt man, bekehrt und missioniert. Aber da hat sich halt irgendwo im Christentum was getan. Also auch mit den Köpfen. Bei Moslems ist alles gleich geblieben. Das sind immer noch blutgeile, sadistische, grausame, kriegsgeile Dreckschweine. Also die immer noch den Scheiß heute nachbeten und auch noch daran glauben und auch noch bereit werden, das zu tun. Wie damals vor 1400 Jahren, also unter Mohammed hier. Alle anderen müssen getötet werden. Es sei denn, man versklavt sie oder erpresst hier eine Schutzsteuer, also eine Schütze raus, damit die überhaupt am Leben bleibt. Damit man so was leben lässt. Also wenn man so eine Schule hin als Glauben oder irgendwas genommen hat. Surah 4, Vers 95. Surah 4, Vers 9, 5. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Außer diejenigen, die eine Schädigung haben. Also auch wer nicht aufsteht beim Gebet oder irgendwas. Er darf nur sitzen bleiben oder liegen bleiben, wenn er irgendwo verletzt ist, also behindert ist. Den sich auf Verlassweg mit ihrem Besitz und ihren eigenen Personen abmüden. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, normalerweise Klammer hier halt in Bindestrichen, die sitzen bleiben außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Den sich auf Verlassweg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmüden. Ja, wahrscheinlich trotzdem. Also man darf nur, wie sagt man, nicht zeigen, dass man demütig ist, also aufstehen oder sich hinknien oder sich verbeugen oder so weiter. Also sitzen oder liegen bleiben und trotzdem am Gebet teilnehmen oder generell irgendwo seinen Glauben begründen, bezeugen. Wenn man irgendwo eine Schädigung hat, also sprich verletzt ist, möglicherweise auch durch selber, dass man vorher am Kampf teilgenommen hat. Allah hat denen sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmüden, einen Vorzug gegeben, vor denen die sitzen bleiben. Also da werden die schon wieder, die immer noch aufstehen können und sich verbeugen können, den anderen, die sitzen bleiben, bevorzugt. Obwohl ob drin steht, die eine Schädigung haben. Also einerseits werden sie entschuldigt, also dass es nicht als Unheflichkeit, als Ignoranz zu verstehen ist, wenn die nicht so können, wie sie eigentlich wollten, wie sie eigentlich gerne möchten. Und andererseits werden aber die, die es können, im Unterschied zu denen, schon wieder bevorzugt. Das ist schon wieder eine Ungerechtigkeit. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah, die sich abmüden, vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt oder großartigem Lohn bevorzugt. Also es sind keine Ahnung, zwei, drei Sätze und die widersprechen sich mehrmals ineinander. Einerseits, ihr seid entschuldigt, wer sitzen bleibt, wer liegen bleibt, wer nicht kann. Andererseits sind die anderen wieder was besseres. Und da wird nochmal betont, also die werden automatisch wieder bevorzugt. Naja, also schon ein ziemlich komischer Gott. Also normalerweise müsste ja ein Gott eigentlich wissen, warum jemand sitzen oder liegen bleibt. Ob das ernst gemeint ist, also weil er darauf scheißt oder ob er wirklich nichts dafür kann. Trotzdem muss angeblich Gott solche Mist hinweisen. Also das hat sich garantiert, irgendeine Mensch heißen doch hier. Wenn wir da wohl mit selber oder irgendwelche anderen Idioten, die im Namen von Mohammed das hinzugefügt haben, hier. Da er selber eine verbetet war, ist ja klar, haben wir wahrscheinlich andere damit das reingeschrieben. Haben sie als Gottes Wort verkauft. Aber das kennen wir ja, wie gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, also natürlich ist klar, im Christentum wurde genauso verhälscht oder auch schon bei den Juden. Es wurde Gott viel Mist in den Mund reingelegt. Angeblich ein Gott. Naja, und jetzt halt nochmal der grausame Dings, habe ich ja gesagt. Nicht vergessen hier, wenn ihr euch einmal erzählt. Islam ist friedlich. Surah 5, Vers 32. Und wir haben es den Kindern Israels befohlen. Also Mohammed hat es aus dem Taumud abgeschrieben. Ich dachte, er ist Tora. Wer einen Menschen tötet, so ist es auch für die ganze Menschheit getötet wird am Arsch. Also wir bewegen hier friedlich, der Vers, der darauf folgt, nach Surah 5, Vers 32, also Surah 5, Vers 33. Surah 5, Vers 33. Da lohnen diejenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden. Oder dass sie in Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden. Oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande in Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Also hier von Wegen, der Islam heißt Frieden. Überhaupt, genau, dass Leute euch so ein Mist einreden wollen, hier Islam, also das Wort Islam wird Frieden bedeuten. Salam heißt Frieden. Islam heißt Unterwerfung, entweder Unterwerfung unter den Willen der Allahs, also was die als Gott betrachten. Oder halt Unterwerfung unter das Schwert, also sprich für alle Andersgläubigen. Also Moslems Unterwerfung unter den Willen der Allahs und halt alle Andersgläubigen Unterwerfung unter das Schwert, also unterwerft euch dem Islam. Da habe ich ja wie gesagt schon mal jetzt alles genau erklärt. Also eigentlich ist das Schwachsinn. Man soll sie töten oder kreuzigen, man soll ihnen Hände oder Füße abpacken oder sie aus dem Land verbannen. Also entweder soll man eins davon machen, weil alles zusammen würde keinen Sinn ergeben. Ich muss niemanden mehr aus dem Land rausschmeißen, den ich bereits getötet oder gekreuzigt habe oder den ich bereits die Hände und Füße abgehakt habe. Wie gesagt, dieser Vers, Suche 5, Vers 33, folgt unmittelbar auf den angeblichen, wo Moslems gerne hier, Takiyah als Lüge, den Leuten verkaufen. Der Islam wird friedlich sein hier auf den angeblichen Vers, dass man nicht töten darf. Denn Mohammed nicht mal selber, ich sag mal, sich ausgedacht hat, den Mohammed einfach aus dem Taubut abgeschrieben und geklaut hat. Also geklaut hat, weil er konnte ja nicht lesen und schreiben, weil er es abgeschrieben hat, selber hat er nicht. Aber ihm muss zumindest der Taubut, also jüdische Schriften, genau wie die Bibel vertraut gewesen sein. Sekunde. Surah 8, Vers 12 bis 13. Also entweder sind es zwei zusammengenommene Verse. Surah 8, Vers 12 oder Vers 13. Surah 8, Vers 1, 2 oder 1, 3. Oder es sind unmittelbar aufeinanderfolgende. Surah 8, Vers 12 bis 13. Surah 8, Vers 1, 2 bis 1, 3. Da dein Herr den Engeln offenbarte, ich bin mit euch zu festig, denn die Gläubigen in die Herzen der Ungläubigen werde ich schrecken werden. Also was heute so übersetzt wird, damals hat es ungeblich Allah gemacht, in die Herzen der Ungläubigen hat er schrecken geworfen. Heute sollen das Muslims tun, also begeht Gewalttaten hier, Terroristen, terroristische Straftaten, werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Also versetzt sie in Angst und in Panik. Trefft sie oberhalb des Nackens, also mit Wörtern im Grunde ist Köpfen gemeint. Also damals auf Arabisch hier stand es wahrscheinlich unverständlich da, also käpft sie Kopf ab. Hier steht halt da, trefft sie oberhalb des Nackens. Aber ist ja jedem klar, was gemeint ist. Und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. Also hier steht es wieder direkt. Also ich soll, wir wissen damals gab es keine Schusswaffen. Ich soll mit einem scharfen Gegenstand, Messer, Schwert, Axt, sonst was, soll ich oberhalb des Nackens schlagen. Also ich soll den Kopf vom Holz trennen. Dies, weil sie Allah trotzboten, also weil sie sich in Islam unterworfen haben, oder Allah unterworfen haben, oder Mohammed unterworfen haben, und seinem Gesandten. Hier steht es ja auch. Dies, weil sie Allah trotzboten, und seinem Gesandten. Also könnte das Leben leben von Allah kommen, hier der Text. Sondern das hat Mohammed sich selber ausgedacht, die Scheiße. Wer aber Allah, und, nochmal zum zweiten Mal, und seinem Gesandten trotz bietet wahrlich, Allah ist schräg im Strafen. Und das wissen wir ja, was muss man für eine grausame Drecksauber. Also soviel zum Thema hier, friedlicher Islam. Nicht nur wer sich Allah widersetzt, sondern auch wer sich Mohammed widersetzt. Also wie es auch manche, warum ja Moslems sich ja untereinander teilweise bekämpfen, dass sie sich nicht gegenseitig anerkennen. Warum auch manche Moslems andere Moslems hassen. Weil die ja zwar sich Allah unterwerfen, aber halt mit Mohammed nicht am Hut haben, oder mit Leuten, die Mohammed nachgefolgt sind nicht am Hut haben. Weil die ja wieder ihre eigenen Propheten haben, oder ihre eigenen Nachfolger. Also als Propheten anerkennen. Das ist nach dem Motto, Mohammed, wer der heizt war. Aber man war es ein absolut perverses, geisteskrankes, absolutes Dreckschwein. Dreckschwein, aber naja gut. Muss man halt normal im Kopf sein, also nicht hier religiöses Gehirn gewaschen, dass man das erkennt, was Mohammed, ich hab schon wieder aus dem Moses gesagt, was Mohammed für eine absolute Drecksauber. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirkung mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allahs ist, also bis alle Moslems geworden sind oder sich unterworfen haben. Spricht nicht am Leben, dass er hier zahlt Strafsteuer, schalt, zahlt Fizia. Wenn sie hier doch aufhören, also sich nicht mehr widersetzen, angeblich Moslems verfolgen und Widerstand leisten, das sieht Allah wohl, was sie tun. Und das ist klar, weil es wäre ja Unsinn, wenn Allah sagt, tötet sie trotzdem, aber wenn sie sich bereits dagegen haben und sind bereit, sich zu unterwerfen und Fizia zu bezahlen, weil das Prinzip ist ja bereits festgelegt. Also entweder gegen lösen, Geld freigeben oder halt als Sklaven nehmen, also dass ich mit denen weitere Moslems zeuge. Wenn ich jemanden vorsklave, mit denen dann Sex habe, da entstehen neue Kinder, das wären ja automatisch der Moslems. Oder ich lasse halt leben, um die Schutzsteuer zu bezahlen, dann wäre es ja Unsinn. Also wenn sie aufhören, sich zu widersetzen oder sich zu entziehen, wenn ich sie trotzdem noch weiter töte, ich will ja an denen irgendwo, ich sag mal, Geld verdienen oder wenn ich sie als Sklaven nehme, ich will sie ja ausnutzen, ich will sie ja ausbeuten. Dann wäre es Unsinn, wenn dann trotzdem befohlen wird, bringt sie alle um, auch wenn sie sich bereits ergeben hätten. Ja, jetzt kommt wieder so ein geisteskranker Kampfaufruf hier. Moment. Geht klar los, ich will nochmal kurz eine Sekrette ziehen. Sura 8, Vers 65, Sura 8, Vers 6, 5 O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an, wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen. Weil sie Leute sind, die nichts verstehen, also die anderen. Also im Grunde wird einem damit gesagt, wenn du an den Scheiß glaubst, bist du ja ein richtig fanatischer Muslim, dann bist du auch bereit, wie jetzt 20 Mann würden 200 besiegen oder 100 Mann würden auch 1000 besiegen, dann bist du auch bereit, weil du ja dann komplett fanatisch bist, also sprich Gehirn gewaschen, dass du dich auch mit einer absoluten Übermacht anlegst. Und du kannst angeblich trotzdem besiegen, aber das wird ja in allen möglichen Religionen verbrochen. Also ich sag mal, nur der Entschlossenste ist auch wirklich bereit, sich mit der Übermacht anzulegen und möglicherweise hat er sogar Aussicht auf Erfolg. Wären natürlich die anderen kleinen Kriegslisten, die in der Regel diejenigen, der eigentlich erstmal unterlegen erscheint, trotzdem gesiegt hat, wäre natürlich dabei verschwiegen. Also es wird alles versucht, als ob es nur an der Religion am Glauben gelegen hätte, also an der Entschlossenheit. Ja und jetzt kommt halt dieser absolut hinterfotzige Text, also wo Moslems noch das schlechte Gewissen genommen haben beim Töten, also Menschen, wenn sie andere Menschen umbringen. Surah 9, Vers 14, Surah 9, Vers 1, 4. Kämmt gegen sie, Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieger vor sie verheben und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Also ihr misst gar schlechtes Gewissen haben, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Also ihr seid noch Werkzeuge von Allah gewesen. Einerseits steht hier irgendwo später, ich hab's ja vorhin schon mal gehabt, wo ich mit Hitler gesprochen hab, hab vorgelesen, Allah hätte euch gar nicht gebraucht oder er kann sich auch, wenn ihr nicht wollt, andere nehmen. Also hier, wer nicht mitmacht, hier steht's ja irgendwo noch, hier genau, hier, zwei danach. Und andererseits steht da, also ihr habt ja gar nicht das selber getötet, also wenn ihr Leute in meinen Namen umgebracht habt, ich hab's ja getötet, also ihr habt's ja Allah hat's ja getötet. Ihr selber müsst ja kein schlechtes Gewissen haben. Und auch halt, dass er die Herzen von gläubigen Leuten, also wer schlechtes Gewissen hat, kann jetzt nicht immer auf einem Lager berufen. Er braucht kein schlechtes Gewissen haben, also als Mensch, dass er einen anderen Menschen getötet hat. Sieht man da schon, wie geisteskrank die Scheiße hier sein muss. Jetzt halt der nächste, Sura 9, Vers 20, also Sura 9, Vers 2, 0. Moment, Sura 9, Vers 2, 0, also 20. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten und in Allahs Weg eiferten mit Glut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Und sie, oder sie, sie sind die Glückseligen. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten und in Allahs Weg eiferten mit Glut und Blut. Mit Gut und Blut. Also wer wahrscheinlich bereit war, der Religion und alles zu überlassen, also so ähnlich wie bei Sekten hier, vererbt mit deinem ganzen Besitz. Und Blut ist ja klar, also wenn du bereit warst, für mich zu sterben, du nimmst die höchste Stufe bei mir ein. Also schon bedenklicher Text, aber er geht noch. Also es gibt krassere Beispiele, habe ich ja eben jetzt schon welche genannt. Jetzt kommt wieder so ein kranker Text, also hier Schriftgelehrte, also welchen die Schrift gegeben war, also sprich Juden und Christen. Sura 9, Vers 29, Sura 9, Vers 2, 9. Kämpft wieder jene von denen, welchen die Schrift gegeben war, die nicht glauben an Allah und an den nächsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand gedemütigt entrichten. Also kämpft immer weiter, bis sie sich unterwerfen. Also alle, die die, ich sag mal, als Schriftmedikion bezeichnet werden, also sprich Bibel und Juden und Christen, Bibel und Tora. Und erst, wenn sie aufgeben, lasst von ihnen ab, oder wenn sie halt sich unterwerfen und die Tribut aus der, also die Schützer hier, die Schutzschutz, die Strafsteuer bezahlen. Ja, das andere habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich lese es nochmal vor. Also in normaler Sprache, also in meiner Sprache, nicht mit Hitler seinem Stimmer verstellt. Sura 9, Vers 39, wenn ihr nicht zum Kampf was zieht, wird Allah euch mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eurer Stelle sitzen. Sura 9, Vers 39, wenn ihr nicht zum Kampf was zieht, wird Allah euch mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eurer Stelle sitzen. Also oben steht, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Also ihr müsst gar schlecht gewissen haben, hier steht wieder, Allah braucht euch ja gar nicht. Allah hat ja zur Not irgendwann noch ein anderes Volk, also wenn ihr das nicht bereit werdet zu tun. Jetzt wird hier so ein Hassvers, also eine Hasssuche, ein Hassvers. Sura 9, Vers 73, Sura 9, Vers 73. Du, Prophet, kämpf gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng gegen sie, ihre Wohnung soll die Hölle sein. Also ein Auftrag angeblich von Allah an Mohammed, du, Prophet. Also machen wir weiter, so nach dem Motto, du handelst ja in meinem Namen. Also im Grunde dasselbe Scheiß, weil es an Muslims eingerätet wird. Nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Ja, und jetzt kommt halt der schlimmste Vers von allen, also hier 9.11, 9.11, September 2001, 9. September, 11. September 2001, also 11.9. Sura 9, Vers 111, nur Sura 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen das Paradies oder der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen aber lasweg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein, also für Allah, für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Also in allen drei Religionen, in allen drei Schriften. Also, dass Gott, wenn ihr bereit seid, für Gott zu töten und für Gott getötet zu werden, dass Gott natürlich euch nicht vergisst, also euch nicht ignoriert, euer Opfer, dass Gott euch dafür belohnt. Also, er verspricht es ihnen damit. Das würden sie sich ja nicht machen. Das ist ja das Krasame hier, hat ja, wie gesagt, Michael Stotzenberger Autofing gewesen. Es ist keiner bereit, sich in ein Flugzeug reinzusetzen oder irgendwo sich einen Sprengstoffgürtel umzuschneiden, sich in die Luft zu jagen. Wenn er nicht wüsste, Gott belohnt mich ja dafür, also hier, das Paradies hier, 72 Jungfrauen. So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Ja. Dann fragt man sich, welcher Gott, A, der alles Leben erschaffen hat. Petz, habe ich ja auch schon mal erklärt. Da muss irgendwo an Gott was nicht stimmen. Also, egal welcher Gott, wo sowas gefordert wird. Also, auch der Gott in der Tora, also hier im Alten Testament, also der angeblich grausame, rachsüchtige Gott im Alten Testament. Welcher Gott, der alles Leben erschaffen hat, der alles Leben liebt, tut das eine Leben dazu anstiften, das andere Leben zu töten und belohnt es noch dafür. Oder erwartet es überhaupt, oder freut sich darüber. Und verspricht sogar noch, also wenn ihr es macht, dann tötet anderes Leben, was ich, also wenn ich jetzt Gott wäre, selber erschaffen habe, belohne ich euch ja noch dafür. Also, ihr habt es ja nicht, ich sag mal, als Verbrechen geteunt, also als Sünde. Ich hab's ja so von euch gewollt. Es müsste schon mal irgendwo klar sein, dass es so ein Gott nicht geben kann, gerade so wie Gott einverkauft wird. Also, barmherzig, allwissend, hat alles Leben erschaffen, liebt alles Leben. Normaler Gott wird nie so eine Scheiße von seinen Kreaturen, die er erschaffen hat, verlangen. Also, das eine soll das andere töten und er freut sich noch darüber. Das wäre absolut absurd. Warum hat er denn vorher alles Leben erschaffen, wenn er im Grunde das eine dem anderen eher schätzt und überstellt, also, dass das eine Leben höher wird, mehr wert ist als das andere und noch sich darüber freut, wenn das eine Leben das andere auslöscht. Also, da kann irgendwas nicht hinhalten. Aber so dumm können halt wirklich nur Gläubige sein. Also, da mache ich keinen Unterschied zwischen Moslems und Christen oder anderen religiösen Fanatikern. Surah 9, Vers 123, Surah 9, Vers 123. O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Sinne sind von den Ungläubigen. Sie sollen ihn euch härter vorfinden und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Also, Allah ist nur mit seines, ich sag mal, die ausschließlichen Allah-Glauben. Also, das ist mit Gottesfürchtigen gemeint. Also, Allah ist mit euch. Ihr seid die einzigen echten Gottesfürchtigen und kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind. Also, sprich, alle anderen, alle, die von Moslems als Ungläubigen getrachtet werden. Da steht es ja auch deutlich da. O, die ihr glaubt, also Moslems, kämpft gegen diejenigen in eurer Nähe von den Ungläubigen. Die sollen ihn euch härter vorfinden. Also, warum Moslems dann wirklich fanatisch alles andere umbringen. Also, total gehirngewaschen, total geisteskrank. Das kann man doch nicht anders sagen. Also, wer kann so eine Scheiße überhaupt, was ich jetzt teilweise erläutert habe, wer kann den ganzen Dreck noch dermaßen nachbeten und noch dermaßen von dem Rot zu überzeugen sein. Da muss man bescheuert, dumm die Scheiße sein. Abgesehen davon, an Mohammed und an so eine perverse Dreckser wie Mohammed zu glauben, dann auch hier so eine Scheiße zu glauben. Das kann nie im Leben ein Barmherziger, ein Gütiger, der Leben geschaffen hat und Leben schätzt, Gott von einem verlangen. Also, das ist total geisteskrank. Egal, ob das Christen sind, die sowas früher bereit waren, teilweise zu tun. Also, habe ich ja erklärt, hier im Mittelalter und so weiter, angebliche Ketzer, die wurden genauso verfolgt, und umbarmherzig gefoltert und grausam umgebracht, oder angebliche Hexen oder angebliche Magier und so ein Mist, also wie es ja teilweise im Alten Testament mal gefordert worden ist. Entweder liebt ein Gott sämtiges Leben, was er erschaffen hat, und tut alles Leben wertschätzen, oder es gibt keinen Gott. Ja, und jetzt heute der letzte Text, also der letzte Vers, die letzte Suche, der letzte Vers. Sure 47, Vers 4. Sure 47, Vers 4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt den Hals, also sprich Köpfen. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen Fesseln fest an, also sprich legt sie in Ketten, nicht nur einfache Stricke. Also kettet sie richtig an, dass sie nicht einfach eine Strecke irgendwo, keine Ahnung, durchscheuern können oder durchschneiden können, können fliehen. Also tut sie sicher irgendwo, Fesseln, also sicher irgendwo anketten. Dass sie nicht einfach so befreien können. Und dann, jetzt kommt halt die Scheiße, also sprich hier, wie kann man Geld verdienen, wie kann man Leute aus seiner Seite ziehen, dann lasst sie, also ich verstehe da so, einige von ihnen, oder halt wirklich welche, nur unter der Voraussetzung, die würden freiwillig komportieren, freiwillig sich bekehren, dann lasst sie frei als Wohltat, oder gegen Lösegeld. Bis der Krieg seine Lasten ablegt. Also damit ist gemeint, bis der ganze Scheiß, um die erstmal umzubringen, um die erstmal zu unterdrücken, bezahlt worden ist, der ganze Aufwand, bis das wieder abbezahlt worden ist. Vom Lösegeld, oder halt, wenn sie als Wohltal zweigelassen wurden, und dürfen am Leben bleiben, wenn sie konvertieren, Moslems wären, also wenn sie mir ohnehin ihren, ganzen Besitz überlassen, also den sie vielleicht möglicherweise vor mir, versteckt haben. Da muss man doch wirklich bescheuert sein, um das nicht zu erkennen, also auch wenn es hier, wie sagt man, nicht so wie ich es gerade erklärt habe, da steht, aber es ist doch aus den Worten zu entnehmen, was damit gemeint ist. Ja, es kommt ja wieder so eine Überheblichkeit hier, also, wo ich oben gemeint habe, es ist absurd, und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Also, da oben steht, nicht ihr habt sie getötet, so ungefähr, Allah hat sie ja getötet, also Allah hat euch ja gebraucht, als Werkzeug, dann steht wieder da, wenn ihr nicht mitmacht, also für Allah tötet, würde Allah sich genauso gut jemand anders suchen, und hier steht, er braucht euch ja gar nicht. Wenn Allah es wollte, hätte er die auch alleine besiegen können. Naja, weil Allah halt ein Verlob des Schweines, also wie es auch im Koran drin steht, Allah ist der größte Listenschmied. Also im Grunde war ja nicht Allah der größte Listenschmied, Allah ist ja nur erfunden, sondern Mohamed war der größte Listenschmied. Eine absolut geisteskranke Drecksauber, aber das wissen wir ja. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen, also so nach dem Motto, Allah braucht euch nicht, er könnte auch ein anderes Volk nehmen, aber macht es ruhig, dann habt ihr bewiesen, dass er wirklich an Allah glaubt, also er testet euch damit. Ja, und jetzt wird er so ein geisteskranker, menschenbeachtender Text und diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht viel gehen lassen, also er wird es angeblich nicht vergessen, also total kaputt eigentlich. Gut, wie groß ist denn die Aufnahme geworden? Das habe ich ja ganz schön gequatscht. Ja gut, also ich mache erst mal einen Stopp. Und dann werde ich aber nochmal das mit dem Video machen, also hier das alles nochmal mit dem Koran überprüfen. Ich habe ja im Koran gezeigt, wo habe ich ihn? Ja. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, deswegen hatte ich eben das Foto eingeblendet, also hier, das waren die ganzen gefährlichen Stellen und wie gesagt, es gibt noch mehr, das sind nur einige davon gewesen, also die bekanntesten, die schlimmsten und ich werde es auch nochmal hier mit dem normalen Koran überprüfen, also das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat keiner irgendwo, wie sagt man, sich erfunden. Das steht alles so eins zu eins im Koran drin. Das hat jetzt ganz schön angestrengt, ich habe es jetzt zweimal sogar vorgelesen, einmal wie Hitler gesprochen, einmal normal gesprochen, habe es sogar nochmal erläutert und erklärt gleichzeitig. Also das Video ist schon ziemlich groß geworden, ich mache erst mal eine Pause. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.